hey youtube ich hoffe euch ist alles klar leute ich wollte mal ich habe so ein app heraus probiert das heißt du rekorder das ist sehr gut wenn wollt ihr mal vielleicht in youtube oder so ein youtube video machen dann könnt ihr auch das nehmen da kann man spielen spielen da sieht man vom handy und da sieht man auch ein bild bekommen auch vergrößern oder verkleinern und so ist auch eine viel eine bessere grafik beim zocken und es sieht man sich das finde ich gut so jetzt spiele ich mal clash royale ich bin auch ein bisschen verkühlt leute ich weiß aber ich hoffe das macht nicht so was doch spielen wir und ich hab da mein falsches deck scheiße nicht gut überhaupt nicht gut ich habe nicht mein deck dabei was ich wollte jetzt verkack ich haus hoch das ist mir jetzt aber klar da bin ich jetzt aber selber schuld leider weil da habe ich jetzt mein ganzes deck und alles abgekackt jetzt weiß ich nicht was ich machen soll level 3 fahrt level 3 fahrt und jetzt kohle oh ritter was wenn nicht gut überhaupt nicht gut nein stirb so angriff schilder woot fuck it Fuck it. Das soll nie net werden. Scheiße, ich hab nie verkackt. Entschuldigung Leute, das hab ich jetzt entweder. Ich hab auch nicht mein Steak gehabt, wo ich normal immer spiel. Fuck. Ja so Leute, eine Krone hab ich mal, aber ja. So, jetzt schnell mal mit meinem Einzeldeckspiel. Muss ich doch alles wieder verbessern heute, für euch doch. So jetzt hoffen wir, hoffen wir haben jetzt mehr Glück, aber das sieht doch gut aus. Gute Grafik, kann man ja nix sagen, wenn ihr mal so ein Video macht, würdet mich freuen. So, tschak, tschak, Friedhof, scheiße. Das sind jetzt ne Wähler. Tschak, 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 tschak. So. Und puff mal. Gut. So lass ich es mir gefallen, Leute. Tschak, 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 tschak. Tschak, 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 tschak. Jaja. Scheiße. Gretami macht, ja, ein bisschen damage. Aber ich komme nicht zu meinem Tum, das finde ich gut. Scheiße, jetzt ist mein Scheiß-Mage. Puff mal, Puff mal, Bombe. Schade. Egal, welche Tür ist da. Egal, welche Tür ist da. Das muss ich ein bisschen kaputt machen. Ja. Ehe, die ist da, darf nicht da. So schnell da du hast verstanden. Oh, nicht gut. Aber jetzt, Remi. Remi, Demi mal. Ja. Gut so, Leute. Puff hat es gemacht. Wir haben gewonnen. So, Leute. Ja, ja. Und wenn euch das gefällt, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert mich bitte. Danke. 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 Danke.